Rote Rosen, ARD, Zuschauer fassungslos, diese Dummheit nicht mehr zu ertragen. ARD bei Fans der Telenovela Rote Rosen schrillen auch dieses Mal wieder die Alarmglocken. Das Publikum der ARD-Telenovela Rote Rosen scheint nie zufrieden zu sein. Entweder gefällt ihnen die Geschichte nicht, die Szenen sind zu vorhersehbar oder die Schauspieler werden ihren Erwartungen nicht gerecht. Ein Wunder, dass Rote Rosen, ARD, für viele Fans einfach abschalten und vergessen des Alltags bedeutet, und hier soll alles perfekt sein. Aber das ist nicht der Fall. Rote Rosen, ARD, die Fans explodieren vor Begeisterung während einer hitzigen Diskussion auf Facebook schrieb ein verärgerte Zuschauer, Ich habe die Rote Rose wieder gesehen. Jetzt verstehe ich das Konzept. Es ist Bildungsfernsehen. Es ist ein Spiegel, der Menschen widerspiegelt. Und es wird noch deutlicher, was ist aus so vielen Menschen geworden? Besonders schrecklich unter den jungen Leuten. Das Bildungssystem hat junge Menschen hervorgebracht, die klein und unhöflich sind und sich selbst überschätzen. Und was wirklich schlimm ist, ist, wenn Eltern den Worten ihrer Kinder gehorchen. Sie sind keine echten Eltern mehr, die ihren Kindern Anleitung und Vorbild geben. Rote Rosen, ARD, an Dummheit ist diese Serie nicht zu schlagen. Sie war offensichtlich nervös wegen dieser Worte. Der Kommentarbereich explodiert förmlich. Diese Serie kann in puncto Dummheit nicht mehr ganz oben auf der Liste stehen, schrieb ein anderer Zuschauer, der seine Frustration teilte. Manche gehen noch einen Schritt weiter und sagen, ja, ja, früher war alles gut. Und die Gesamtpolitik scheint klar. Heute haben Kinderzepte in der Hand und erzählen ihre Eltern, nicht nur in der Serie, sondern auch im echten Leben. Ein anderer Zuschauer brachte ein ganz konkretes Problem zur Sprache. Außerdem verbringe ich zu viel Zeit am Handy. Vor allem für die jüngeren Charaktere der Serie scheinen Smartphones eine wichtige Rolle zu spielen. Ist es ein modernes Symptom oder nur ein schlechtes Drehbuch? Was auch immer der wahre Grund für die Wut der Zuschauer sein mag. Eines ist klar, Rote Rose scheint seine treuen Fans derzeit nicht zufriedenstellen zu können. Daher wird diese Serie wahrscheinlich weiterhin für hitzige Debatten sorgen.